Hallo und herzlich willkommen bei einem Retro-Let's Play der leicht anderen Art. Wir haben ja bis jetzt nur Adventures gemacht und eigentlich nehme ich gerade Larry 5 auf und das ist aber nicht ganz so einfach, wie ich dachte tatsächlich, weil es gibt erstens irgendwie ein fast 20-minütiges Intro, wo ich die ganzen Texte manuell dann noch irgendwie extra übersetzen muss, dann extra einsprechen muss. Es gibt sich in Anführungszeichen Zwischensequenzen, wo ich dann auch wieder nachträglich alles einsprechen muss. Das heißt, es zieht sich doch noch ein bisschen länger als ich dachte und irgendwie während der Aufnahme zu Larry 5 hatte ich voll Bock auf das hier. Ich weiß nicht genau wie es kam. Auf jeden Fall, Sekunde, ich starte eben. So, aha, please wait, loading graphics. Das sieht man jetzt nicht, ne? Das ist ja toll. Jetzt ist es da. Jawohl, SimCity. Und zwar nicht irgendein SimCity. Nein, es ist das allererste SimCity. Das SimCity, das ich damals auf dem PC gespielt habe vor... Oh Gott, wann kam das raus? Ich habe vorhin sogar noch geguckt. Scheiße. Steht hier, glaube ich, auch irgendwo. Pass auf. Ich mache mal Start New City. Und das hier ist quasi... Das ist der Grandfather of the Bau Simulations. Das ist das aller allererste SimCity. Damals als Maxis noch nicht von Electronic Arts gekauft wurde. Damals als SimCity noch eine weltbewegende Neuerung war. Und quasi das Genre der Städte-Simulation... Ähm... Ja, mit wehenden Fahnen eröffnet hat, kann man sagen. Ich mache mal wieder... Pass mal auf... Stucken... Stucken Borzl... Stucken Borzl machen wir. Und ich spiele erstmal auf Easy. Weil ganz ehrlich, ich habe... Ich weiß nicht mehr viel davon. Ich habe gerade eben eine ganz kleine Runde gespielt, um wieder ein bisschen reinzukommen, auch in die Steuerung. Aber ich weiß echt nicht mehr viel. Wir machen erstmal ausnahmsweise auf Easy. Wir gucken uns das Ganze an. Der Soundtrack... Guck mal, wie schnell das alles geht. Das ist einfach schön. Das Blinken hier ist übrigens normal. So. Und, äh, das Spiel... Wir haben übrigens... Der Soundtrack ist fantastisch. Im Hintergrund hörst du halt die swingende Musik, hörst du? Das... Ich nenne es das Rauschen des Ethers. So. Und, ähm, damals die Sim-Spiele von Maxis eignen... Äh, oder zeichneten sich oft dadurch aus, dass sie quasi schon Windows hatten. Also, also Fenster quasi unter DOS. Das ist... Das hier läuft also nicht auf Windows, sondern das läuft wirklich noch auf DOS-Ebene. Ich mache mal ganz kurz, äh, Speed auf Pause. So. Ähm... Und wie man sieht, in dem rechten Fenster hier City-Form. Das kann ich auch bewegen. Habe ich ja schon gemacht. Ähm, so. Das bewege ich mal wieder zurück. Das... Das würde ich gerne wieder zurück bewegen. Jetzt geht es. Noch ein bisschen... Gibt noch ein paar Schwierigkeiten. So. Und dann haben wir hier zum Beispiel Power Grid. Lalalala. Das kommt alles später noch. Momentan haben wir keine Stadt. Also kann man nix sehen. Ähm, ja. Und hier in der City-Form in der Map können wir uns bewegen. Während links... Das war damals einfach so ein technisches Wunderwerk. So ein Highlight. So. Und, äh, zwischendurch läuft immer ein Fluss. Wir können natürlich wieder neu anfangen. Und, äh, das hier war damals übrigens auch schon im allerersten Sim-City. Konnte Feuer machen. Flut, Aircrash, Tornado, Earthquake, Monster. Wir disablen erst mal. Erst mal. Wir können später noch ein bisschen... Kann man speichern überhaupt? Wir können sogar... Oh Gott, wir können die Stadt ausdrucken. Wir können... Oh Mann, ich will die Stadt ausdrucken. Ich will gucken, wie das aussieht. Ich glaube aber nicht, dass ich aus der DOS-Box herausdrucken kann. Das habe ich gar nicht eingerichtet. Load Scenario, Start New City. Und Load City, Save City, lalalala. Alles. Und hier About Sim-City. Guck mal, das war das Erschreckende. 1989. In einem Jahr wird Sim-City 30 Jahre alt. Und das... Oh Gott, da fühle ich mich wirklich, wirklich alt, weil ich Sim-City damals tatsächlich zu Release noch original gekauft habe für 100 D-Mark, die ich mir, weiß Gott, wie lange abgespart habe. Ich habe... Boah, weiß Gott, wie lange. Ähm, damals schon durch ASM und Powerplay. Ich weiß gar nicht, hast du schon diese... So Preview, erste Grafiken, lalalala. Und ich wollte es halt unbedingt haben. Gespart, gespart, gespart. Und dann hatte ich Sim-City Original. Und ich weiß noch, das hat mich so geärgert. Ähm, ich erzähle das kurz, dann lege mal... Oder ich... Komm, wir legen jetzt schon mal los. Ähm, kann ich die aus... Ja, die kann ich zumachen. Und dann würde ich sagen, ich bin schon oben. Ich kann übrigens die Ränder nur scrollen, indem ich kurz mit der Maus aus dem Bildschirm gehe hier. Da bin ich quasi am Bildschirmrand. Und da ich im Window-Mode spiele... Ich sollte vielleicht ein Vorbild spielen. Aber egal, so kann ich besser aufnehmen. Ähm, das Flimmern übrigens. Soll das Kästchen hier bei euch flimmern, das ist normal. Das tut es bei mir nämlich auch. Also im Spiel. Ähm... So, was auch. Ich habe immer angefangen. Erstmal... Hier außenrum können gerne Straßen. Und dann nochmal. So immer zwei davon entfernt. Und man fängt immer an mit... Das hier sind die Residential Zones. Also diese hier. Das sind quasi die Häuser, wo dann später unsere Sims drin wohnen. Ich weiß gar nicht, ob die früher schon hießen. Sims. Auf jeden Fall... Ach ja, das muss man auch dazu sagen. Aus der ganzen Sim-Reihe, Sim-City und so weiter... Sind dann natürlich später auch die Sims entstanden. Es gab Sim-City. Es gab Sim-Town. Und später hat sich das runtergebrochen auf die Simulation der Einzelnen, die dort leben. Auf die Familien und sowas. Und das waren dann die Sims. Ursprünglich auch von Maxis. Äh... Heiß glaube ich... Heißen die heute noch Maxis? Ich weiß nicht. Ich heiße... Vielleicht heißen die jetzt Sims Development Team oder so. Okay. Und ich habe immer so gebaut. Das ist so meine Eigenart. Also vielleicht habe ich mir da auch diesen Kästchenbau angewöhnt. Vielleicht baue ich deswegen heute auch in jeder Stehtesemulation immer mit Kästchen. Ähm... Und hier mache ich mal Commercials. Man muss bedenken... Commercials. Man muss bedenken, die sind momentan noch auf Pause. Und ich glaube, ich habe das schon falsch gemacht. Ich glaube, das hätte ich schon anders machen sollen. Ähm... Weil... Ich habe mir nämlich ein kleines System ausgedacht damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch so hinkriege. Ähm... Ich kann aber auch nicht... Doch, Start New City. Okay. Ja, machen wir nochmal. Okay, Stuckenborstel. Wir fangen nochmal. Ich... Es ist lange her. Es ist wirklich... Wie man sieht, es ist wirklich sehr lange her. Ähm... Sim-City 2000 können wir auch nochmal irgendwann, ne? Also... Ich sag's ja nur. Ich weiß nur nicht genau, wie das jetzt hier ankommt. Aber das ist... Aber das allererste Sim-City. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen faszinierend, das aus heutiger Sicht zu sehen. Und damals gab's noch nicht viele Funktionen. Es gab aber vor allen Dingen die Stau-Funktion. Das war immer ein Traum. So, was ich früher gemacht habe. Pass auf. Ich habe jetzt überall Straßen drum gezogen. So. Lelelelele. Lelelelele. Und weil ich jetzt schon weiß, dass wir später sehr viele Probleme mit Verkehr kriegen, lasse ich hier immer mal ne Lücke. Weil... Ich mach schon mal ein bisschen mehr Residential, weil da werden wir ein bisschen was brauchen. Ähm... Ich lasse dann hier überall schon mal ne Lücke... Wir sind immer noch Januar. Wir sind immer auf Pause. Okay. Ich lasse da schon mal ne Lücke, weil... Äh... Ähm... Die werden wir später noch brauchen. Ihr werdet sehen, warum. Der gewieftes Sim-City-Spieler aus alten Tagen wird sagen... Äh... So, das macht er also. Na, ob das so gut ist? Ähm... Weiß ich selber nicht mehr. Wird wahrscheinlich sehr teuer werden. Vor allen Dingen, weil wir jetzt Straßen teilweise auch doppelt kaufen. Ähm... Es sollte eigentlich ein Geräusch machen, ne? Wenn wir, wenn wir bauen. Da sollte man eigentlich ein Geräusch hören. Vielleicht soll ich gleich noch mal rausgehen und schauen, ob ich in ein Installationsprogramm noch mal irgendwie was finde. Vielleicht kann ich das auch mit aufzeichnen. Ich weiß gar nicht, was geht, ehrlich gesagt. So, und dann würde ich sagen, hier Commercial. So, Platz haben wir genug. Ich würde sogar ein bisschen mehr Commercial bauen. Die kosten ja auch nur 100, glaube ich. Ein so ausgewiesenes Gebiet kostet 100. Hier kann man theoretisch noch so ein Ding reinbauen, aber hier kommen natürlich dann auch die Straßen und das sind seine Straßen, das darf man nicht vergessen. Und die sind natürlich auch steinig und schwer. Also dieser Weg hier ist auf jeden Fall kein leichter. So, dann habe ich das jetzt so gemacht und wie man sieht, das gleiche mache ich jetzt hier unten nochmal mit ein bisschen weiterem Abstand. Dann kommt da die Industrie. Mist. Und hier sollte er eigentlich auch machen. Also irgendwie das Sound scheint noch nicht ganz da zu sein. Und ich hätte schwören können, gab es damals Musik? Ich weiß es halt gar nicht mehr. Ich weiß, Options gibt es hier nur. Auto Bullets, Auto Budget, Auto GoTo, Sound On. Okay, Sound Off, Sound On. Also eigentlich sollte man Sound haben. Ich muss das gleich nochmal prüfen. Ich hatte es jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich habe jetzt einfach angefangen zu spielen. Ich habe das gerade eben nicht vermisst beim Test. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so gemacht. So, hier ist Industrial. Das ist Industriegebiet und wie immer, man erkennt bereits meine Bauweise, glaube ich, wie ich heute auch baue, immer quadratisch. Ich habe es mir halt in der Jugend angewöhnt. In der Jugend, also in der Kindheit sogar schon. In der Kindheit habe ich mich angewöhnt, das so zu machen. Alles sehr ordentlich zurecht zu munken. Weil es einfach auch funktioniert hat. Ich weiß, und heute funktioniert es immer noch. Bei jeder Städteaufbausimulation funktioniert dieses quadratische Bauschema immer noch. Es sieht nicht wirklich gut aus. Man kann später noch variieren. Aber für den Anfang ist es halt echt gut. Platzsparend. Und vor allen Dingen kriegt man meistens auch einen guten Start. Ich hoffe nur, wir kriegen auch einen, weil ich habe schon, naja, die Hälfte, aber ich habe noch lange nicht die Hälfte ausgegeben. Aber das Ding ist, wir werden natürlich auch noch Strom brauchen. Hier, warte mal, da muss ich übrigens mal durchziehen. Da kommen größere Kreuzungen hin. Ähm, so. Das macht aber gar nichts, ehrlich gesagt. Sieht jetzt irgendwie schlimm aus. Da sieht man auch schon die, guck mal, die ganz kleinen Ampeln. Und ach, ja, ich weiß, wir hatten da noch auch so eine schöne, äh, so eine Verkehrsanimation. Die werden wir auch noch sehen. Ähm, ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, wo war hier Windows, die Mappe. So, das ist unsere Stadt. Da ist momentan noch tote Hose, weil momentan noch nichts kommt. Ähm, und ich muss jetzt irgendwo theoretisch einen Reaktor bauen. Nicht nur theoretisch, sondern, und der muss möglichst weit weg von den Residentials, weil der natürlich viel Pollution macht. Und deswegen würde ich vielleicht hier unten, könnte man noch ein bisschen mehr Industrie ausbauen. Ich baue jetzt natürlich erstmal hier in die Breite. Aber Residentials hätten wir eigentlich auch zwei untereinander bauen können. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Ich hätte zwei untereinander erstmal bauen sollen und die Industrials auch untereinander. Dann hätte ich viel mehr Platz, mich nach rechts auszubreiten. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Äh, ich könnte theoretisch nochmal neu anfangen. Aber ich tue es nicht. Oder? Ach, ich weiß nicht. Komm, ich lasse es erstmal so. Wir können ja, wir können ja, es muss ja nicht die einzige Runde bleiben und vor allen Dingen weiß ich nicht genau. Ähm, sag mal eins und dann kann man da und dann hat man noch einen Platz in der Mitte. Okay, das kann ich machen. Ähm, dann würde ich eins, zwei von der Seite entfernt haben. So, dann gehe ich jetzt hier eins, zwei von der Seite entfernt. So, und mach dann eins, zwei, dann würde ich hier das. Und hier mache ich jetzt erstmal, muss ich Stromkabel verlegen. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Geld. Jetzt sind wir fast auf der Hälfte von unserem Startbudget. Ich hasse das. Von unserem Startbudget. Pfeiltasten kann ich leider nicht verwenden. Heute ist ja üblich, dass ich mit Pfeiltasten die Karte verschieben kann. Das geht leider nicht. Das wäre sehr schön. So, ich bin froh, ich bin froh, dass ich die Maus benutzen kann und nicht alles mit Tastatur machen kann. Und ich muss übrigens sagen, diese Version von SimCity ist übrigens eine der sehr viel schöneren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie auf dem Amiga aussieht. Ähm, gab es bestimmt auch mal Amiga, oder? Äh, ich weiß nur, auf dem C64 gab es auch SimCity. Das habe ich dann auch beim Nachbarn gespielt und so. Und das sah wirklich fürchterlich aus. Guck mal, jetzt kommt das hier genau in der Mitte an. Das war mein Plan. So, das sah wirklich sehr, sehr fürchterlich aus. So, ich verbinde jetzt die Stromkabel hier überall. Falls es Erdbeben gibt, ich mache hier jedes Haus verbinde ich. Eigentlich würde das hier reichen, würde uns auch Geld sparen. Vielleicht sollte ich gerade mal Geld sparen. Wie viel kostet uns ein so ein Ding? Fünf. Aber nicht, wenn wir uns über die Straße bauen. Okay, bei fünf, ganz ehrlich, dann machen wir hier nochmal. Ne, sicher, sicher. So, die Oberleitung schön durch die Stadt. Das ist natürlich richtig so. Ähm, zack. Und damals gab es noch nichts wie Wasserrohre verlegen und sonst irgendwas. Höchstens mal später noch Polizei bauen. Hier in der Mitte kommt dann ein bisschen Polizei. Und da bauen wir noch ein bisschen Park hier so in die Mitte, damit es schön wird. Ähm, und wenn ich jetzt, jetzt haben wir hier oben noch einen frei, da unten noch einen frei. Alles ist verbunden. Äh, und wenn ich jetzt auf Speed gehe. Oh, ich bin auf Speed. Okay, äh, und mach mal hier, ich mach mal, ich mach mal sogar Fast. So, hier haben wir noch Stromprobleme, aber die sind sofort behoben, weil der Reaktor schon da ist. Das war clever. Vielleicht hätte ich das sogar vorher lassen sollen, aber egal. Hätte ja schon mal auf Slow lassen können. Da ist die erste Industrie. Guck mal, wie süß das noch alles aussieht. So unschuldig. Es sieht alles, und wir brauchen sogar noch ein zweites Kraftwerk für so viele Häuser. Guck mal, wie die aus dem Boden schießen. Wir haben momentan Brownouts. Brownouts, was immer das heißt. Build another power plant. Wir müssen also noch einen neuen Reaktor bauen, äh, weil wir jetzt schon Stromprobleme haben. Natürlich noch mehr Kohlekraftwerk. Und wie viel kostet das Ding? 3.000. Jetzt haben wir nur noch 7.000. Und schon sind wir eine Stadt geworden. Kein Dorf mehr, sondern eine Stadt. Wir legen hier quasi einen Blitzstart hin, kann man sagen. Ähm, und da haben wir schon... Ja, der erste Verkehr ist da. Ja, der erste Verkehr. Weißt du, was ich mal ganz kurz mache? Ich speicher mal eben und probier mal eben ganz kurz. Safe City. Oh, Stucken B.C.T.Y. Da haben wir noch C, E, G, A, Data, M, C, G, A und Sega. Sega. S, E, G, A. Also Super EGA ist das, glaube ich, eine höhere Auflösung. Ähm, wir spielen... Das Spiel kannst du spielen in 320x200, wie die ersten Sierra Games, die alten. Ähm, und wir spielen aber sogar in der höheren Auflösung, was man hier wahrscheinlich sogar ein bisschen sieht. Ich glaube 640x350 oder so. Ich bin mir ja gar nicht so sicher. So, ich speicher eben und ich exite kurz. So. Und ich unterbreche mal nicht die Aufnahme. Die müsste eigentlich jetzt noch weiterlaufen. Und dann mache ich jetzt mal ganz kurz auf Setup ausführen. Das müsste jetzt gleich auch bei euch kommen. Dauert aber ein bisschen, bis das aufhört, weil die DOS-Box erst mal startet. La, la, la. So, ich bin im Setup. Capjet-Eddy. Hallo, hallo, kann ich... Äh, okay, macht er nicht. Na gut, dann bin ich gleich wieder da. Moment, schade, schade. Wollte ich auch aufnehmen. Kann ich das nicht, wenn ich hier, also manuell? Geht das nicht? Geht nicht. Das ist enttäuschend und deprimierend zugleich. Na gut, ich bin sofort wieder da. Moment. Okay, jetzt geht es offenbar. Also am Anfang musste ich auswählen, gerade, ob ich auf Platte oder Floppy mache. Ähm, das hat er noch nicht gecaptchert, aber jetzt plötzlich hat er einfach angefangen. Komisch. So, so sieht ein Setup-Programm aus für Leute. Ich dachte, es ist vielleicht interessant für Leute, die es halt auch noch nicht kennen. Äh, Change-Video-Mode. Und das ist eigentlich richtig. EGR VGA Hi-Res hat er gut gespeichert. Und Sound-Type ist eigentlich IBM Internal Sound. Diese Covox Sound Masterboard. Ja, Covox weiß nicht, ob DOS-Box unterstützt, ehrlich gesagt. Tandy-Sound geht natürlich auch. Hört sich wahrscheinlich ein bisschen besser an als IBM. Ich probier mal. Vielleicht kriegen wir das ja hin. So, und dann starte ich jetzt nochmal. Ich glaube, ich muss aber Tandy einstellen bei der DOS-Box, ne? Das geht nicht voll alleine. Ich starte jetzt nur, damit ihr wieder was seht. Was eigentlich total dämlich ist. Alles klar, Using Internal Speaker. Aber habe ich da jetzt was? Huch, warte. Achso, da stand gerade Using Internal Speaker. Ich gehe nochmal rein, aber... Ich glaube, ich baue mal eben, ich reiße mal eben was ab. Da ist nichts. Okay, pass auf. Ich teste mal. Oh, 147 Dollar haben wir gesammelt. Oh, krass. Okay, pass auf. Ich bin gleich wieder da. Ich teste das eben nochmal schnell aus. Ich bin sofort wieder da. Das muss ja irgendwie gehen. Ich kriege das schon hin. Also, und wenn nicht, dann komme ich gleich mit eingekniffenem Schwanz wieder zurückgekrochen. Und wir spielen Silent. Sound of Silence. Ähm, und äh, ich bin gleich wieder da. Moment. So, da sind wir wieder. Und, äh, pass auf. Ich, ich zeige dir mal was. Das ist so krass. Der Unterschied ist jetzt so gewaltig. Das ist, man hört es ja jetzt schon. Oh, die Kraftwerke sind echt weit unten. Ähm, es ist, der Unterschied ist so gewaltig. Hörste? Achso, Tax Rate. 166. Oh, es sind diesmal sogar mehr. Alles klar, nehme ich gerne. Äh, jetzt hör mal genau hin. Krass. Wow. Dieser Unterschied. Ich bin sicher, dieses Geräusch wird uns überhaupt nicht auf den Sack gehen. So, gar nicht. Okay, guck mal hier. Der Verkehr wird auf jeden Fall mehr. Je mehr Einwohner wir kriegen, desto mehr Verkehr haben wir. Je mehr Straßen wir haben, desto mehr verteilt sich der Verkehr hoffentlich ein wenig. Ähm. Ähm. Ich ziehe das Fenster nochmal ein bisschen größer. So, huch. Ähm. So. Und hier unten bei Industrie eigentlich noch nicht. Normalerweise müssten die, die fahren alle in den Residentials, was gar keinen Sinn macht. Eigentlich dürfte da, ja, normalerweise wenig Verkehr sein, weil die meiste Zeit sind sie ja eigentlich in den Commercial-Gebieten unterwegs. Oder in Industrial, normalerweise. So, hier. Den hab ich mal vergessen. Krasser Sound jetzt. Und ich erinnere mich, es gab, war das beim alten SimCity schon, also beim uralten, dass dann zwischendurch, immer wenn es Stau gab, kam immer so eine Durchsage irgendwie. Heavy Traffic Reporter, Heavy Traffic. Das würde ich auch gerne noch hinkriegen. Ah, Traffic Warning. Traffic in the city is expanding. The commuters are getting militant. Highway shootings are on the rise. Also, man merkt, es ist ein amerikanisches Spiel. Highway shootings. Weißt du, Amerik, also hier auf Autobahnen einfach, ähm, auf Autobahnen gibt's dann einfach mal, äh, äh, Schießereien. Either build more roads and rails or get a bulletproof Limo. So, und deswegen hab ich nämlich die Lücken hier gelassen. Man sieht, der Verkehr wird zu krass einfach und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, da wir noch keine Polizeistationen haben, werden wir auch da gerade Probleme kriegen. Das können wir alles auf der Mappe hier sehen, auf der Map. So, Density haben wir hier. Okay, da unten ist noch minimal, oben geht's sogar noch und Growth ist momentan positiv, hier unten negativ. Warum? Wahrscheinlich wegen Kriminalität. Naja, geht so. Äh, und hier Pollution. Oben ist auch ein bisschen Pollution. Äh, okay. Und hier Land Value. Können wir natürlich alles noch nach oben treiben. Machen wir natürlich auch. Aber noch nicht jetzt. Und hier Transportation, lalalala. Und ich schau mal ganz kurz. Traffic Density haben wir hier oben. Boah, da haben wir richtig Max. Hier ist ein richtig krasses Problem. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir bauen jetzt mal. So. Das Geräusch ist wirklich sehr schön. Nein. Und ich hasse das. Also, es gibt übrigens, ich erinnere mich, ja, dankeschön. Äh, ich erinnere mich, es gibt einen sehr schönen Trick. Warte mal. So, ich will nicht zu viel davon machen. Ich muss ganz vorsichtig sein, weil Oh, City, your town has grown. It is full-sized city with a current population of tenshausund. Keep up the good work. Okay. So, hier habe ich jetzt, hier kann ich jetzt halt überall Straßenbahnen ausbauen. Das bringt nicht besonders viel. Aber es gab einen Trick damals, wie man den Verkehr komplett aushebeln kann. Und dann ist der nur noch unter Stromleitung. Und zwar, man sieht ja hier bei den Bahnübergängen, ist gar kein Verkehr. Ich kann hier alles mit Bahnübergängen zukleistern. Also, hier in der Ecke nicht. Aber hier alles mit Bahnübergängen zukleistern. Und dann gibt es da gar keinen Verkehr mehr. Das war damals so ein Trick, um seine Stadt einfach verkehrsfrei zu kriegen. Den würde ich ehrlich gesagt natürlich wieder anwenden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Traffic Warning immer noch, natürlich. So. Okay, wir haben jetzt hier, da ist der Railway. Und da haben wir noch eine Straße. Also hier Police Department. Dann hier noch ein Fire Department. So. Plumpft, plumpft. Und dann würde ich hier mal was drüber bauen. So. Und die brauchen natürlich, ja, 74. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Auch da gab es noch einen Trick mit den Steuern. Wie man sehr, sehr viel Steuern kriegen konnte. So. Das baue ich natürlich so hier einfach mal dran. Ähm, das ist okay. Dann haben wir das schon mal. Und hier oben würde ich einfach erstmal ein paar Parks bauen. Damit wir den Land Value vielleicht nach oben treiben können. Kommt natürlich trotzdem eine Straße drum. Eine Straße ohne Parks. Was wäre das denn? Ähm, so. Straßenbahn muss hier natürlich trotzdem weiterkommen. Oh, dieses Geräusch, ne? Also diese, 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 diese. Ähm, das hier sehe ich immer so ein bisschen als Pseudo-Autobahn. Weil es gab hier damals immer nur diese eine Art von Straße. Dann habe ich das immer so eine Art als eigene Autobahn mit natürlich hier Gleisen und sowas. Ich habe nur noch 4000. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Das haben wir schon dran geknüpft. Und da oben auch. Sehr gut. Ähm, ja. Also wir werden hier sehr viel, ich glaube wir werden trotzdem viel Traffic haben. Ähm. Fünf Dollar. Na, das ist ja großartig. Wo, wo, wo ist das alles hin? 548 haben wir collected. Cashflow fünf. Ja, das ist ja richtig. Wow. Ach, Transportation ist jetzt hochgegangen. Oh. Ja. Lohnt sich momentan hier halt noch nicht. Das heißt, ich werde dann hier. Entweder kann man hier wieder Gleise hinbauen. Müssen wir eigentlich sogar, damit es gleich aussieht. Ich weiß. Es tut mir leid. So, Gleisestraße. Oh, dieses Geräusch. Dieses Geräusch. Oh Gott. Wie so ein fieser Tacker einfach nur. Hank-Tacker. Okay, dann brauchen wir hier unten noch Commercials. Brauchen wir momentan nicht so viel tatsächlich. Ähm. Aber ich baue natürlich trotzdem welche hin. Obwohl, ich könnte da unten noch Residentials hinbauen. Die wären natürlich nicht so geil besucht irgendwie. Oder nicht so, nicht so hoch im Preis, glaube ich. Aber ich glaube, die würden trotzdem reichen. Weil Residentials momentan am meisten gefragt. Und dann mache ich da unten noch einmal Commercial hin. So, deswegen. Commercial ist gerade überhaupt nicht gefragt. 50 Dollar kriegen wir noch. Wir verdienen momentan einen Scheiß, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt auch nur angebunden, damit ich das hier oben anbinden kann. So. Und die brauchen natürlich auch noch Straßen hier irgendwie. So. Uns gehen die Kohlen aus. Vielleicht hätte ich doch anders bauen sollen. Aber gut. Wie gesagt, es ist lange her. Ich probiere auch gerade noch ein bisschen rum. Und dafür, also läuft eigentlich ganz gut aus, dass wir keine Kohle machen. Und ich glaube, mit den Steuern, ich hatte damals auch irgendeinen Trick, hatte ich mir angeeignet. Ich weiß nicht mehr wie. Erstmal 0% Steuern, was Kleines bauen und dann zwischendurch immer mal wieder auf 10% oder sowas hoch. Dann kriegst du einen Batzen Geld, kannst wieder weiterbauen und dann wieder auf 0% runter. Irgendwie so hat ich das gemacht. Also ein Bürgermeister, der einfach quasi den Bürgern die Steuer erlässt oder vielleicht auf 1% macht oder so. Und dafür aber sagt, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Kohle. Jetzt reißen wir uns mal alle zusammen. Denn wir wollen zusammen ja noch in die Stadt investieren. Und dann machen wir eine Investmentrunde in die Stadt. Und ja, so habe ich schon mit 10 Jahren getickt. Verstehst du? Eine Investmentrunde in die Stadt. Hashtag eiskalter Geschäftsmann. Hashtag geschäftskalter Eismann. So, hier haben wir noch Industrie. Da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Weil Industrie bringt ja normalerweise auch die Kohlen. Da müssen wir mal gucken. Hier wollte ich auch noch ein bisschen Parks machen, damit die Leute natürlich ein bisschen mehr Value haben. Hier einfach, ich weiß gar nicht mehr, was das leisten. Wie kostet ein Park? 10. Okay. Ist immer random. Manchmal gibt es einen Brunnen, manchmal gibt es keinen. Keiner weiß genau, wie, wat, wo. Okay. Damit müsse Land Value steigen. Und ich hoffe, also hier zumindest so ein bisschen in der Richtung. Hier hinten kriegen wir es, glaube ich, nicht mehr hin. Man könnte ganz viel mit den Parks machen. Man könnte vorher schon Lücken lassen und bauen. Mit den ganzen Lücken und ein bisschen auseinander bauen. Das würde auch gehen. Habe ich früher nie gemacht. Würde ich... Fällt mir heute so ein. Dass ich ja vorher schon einfach... Die wollen ein Stadion, natürlich. Die wollen jetzt ein Stadion. Jetzt, wo wir keinen Platz dafür haben, wollen die Herrschaft ein schönes Stadion. Hätten wir vielleicht hier hinbauen können. Ehrlich gesagt. Na gut. Können wir vielleicht später noch machen. Der Soundtrack ist wirklich schmissig. Die, 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 die. So. Hier nochmal einen davon rüber. Bringt momentan nichts. Wir müssen, wir müssen momentan einfach Steuern sparen. Also, also nicht Steuern sparen, sondern wir müssen Steuern einnehmen. So rum. Und das hier stört mich immer ein bisschen. So. Das, äh, aus Prinzip. Aus Prinzip. Normalerweise, wie gesagt, ich könnte hier alles zubauen. So. Die Police Station wird wahrscheinlich nicht alles abfangen, ne? Wenn ich jetzt Windows in die Mappe gucke. Ähm. Traffic Density ist aber schon merklich runtergegangen, tatsächlich. Hier ist noch ein bisschen was. Oh. Und wir verdienen langsam auch mehr. Sehr gut. Sehr gut. Und hier rechts ist natürlich Traffic ohne Ende. Alles klar. Population Growth ist Max. Also ausgemax und Min da oben. Okay. Wächst trotzdem noch. Also wir kriegen auf jeden Fall gut Leute dazu. Industrie ist auch schon ausgefüllt. Pollution Map da unten. Klar ist Industrie. Und. Okay. Die Polizei schafft es also hier. Hier schafft es also crime free zu bleiben. Aber alles andere rund um den Block kriegt die nicht hin. Hier ist, hier fängt der Crime an. Auf der anderen Straßenseite von der Polizei. Alter, die hängen doch alle nur wieder bei, bei, weiß nicht, beim, beim Brötchengeber rum. Ich wollte gerade Donut sagen, aber das haben wir in Deutschland natürlich nicht. Wollte ich wieder auf irgendwelchen dreckigen Klischees rumreiten. Ich müsste hier vielleicht noch irgendwo eine Polizei hinsetzen. Eventuell hier kommen. Dann machen wir eine Industrie, komm weg. Ähm. Oder hier eine Commerch. Ja, komm, Commerch brauchen wir gerade nicht so viel. So. Ciao, 227. Und dann machen wir hier dafür Police hin. Dann kriegen wir hoffentlich noch ein bisschen mehr Demand. Commerch geht hoch. Und ich hoffe, die Stadt wird dann noch ein bisschen. Stucken B heißt es übrigens jetzt. Man konnte nur acht Buchstaben machen. Der merkt sich den Städtenamen aus dem Dateinamen. Ähm. Das ist, das ist ein bisschen traurig, aber ich erinnere mich, es war tatsächlich so. Ähm. Der Städtename, früher durften Dateinamen, also unter DOS, ne, heute unter Windows kannst du eine Datei bis zu 255 Zeichen haben. Also Dateiname kann 255 Zeichen lang sein, glaube ich. Oder inzwischen länger. Ich weiß es nicht. Ähm. Früher unter DOS, da ging es nur acht Buchstaben. Deine Dateiname durfte nur acht Buchstaben haben und dann noch eine Erweiterung mit drei Buchstaben. Also zum Beispiel, ähm, was hat man, SimCity.exe geht zum Beispiel. Und der SimCity, der Part mit dem SimCity-Part durfte maximal acht Buchstaben lang sein. Mehr ging da einfach nicht. Dann musste man das irgendwie beschreiben oder abkürzen oder sonst irgendwie. Wir lebten in einer Welt der Abkürzung. So, okay. Hier müssen wir nichts machen. Hier würde sich das schon wieder lohnen, ein bisschen, ne, die Eisenbahn durchziehen zu lassen. Hier ist trotzdem sehr viel Verkehr, obwohl da Eisenbahn rumfährt. Nach einer Weile fahren übrigens zwei Eisenbahnen rum und die hat natürlich auch kein festes, kein festes Raster. Die hat keine Haltestellen. Die fährt einfach so durch die Gegend, das gute Stück. So, Stadion kann ich mir eh nicht leisten. Die Einwohner verlangen ein Stadion, aber ich kann mir einfach keins leisten. Es tut mir leid, liebe Einwohner. Ich bin ein ganz schlechter Bürgermeister. Ich sehe gerade nicht mehr, wie das kostet. Schade. Könnte man hier eventuell, aber, ne, da habe ich noch ein... Das Stadion ist nämlich ein breiter, das ist nicht drei breit. Die sind alle dreimal drei, das ist sehr praktisch. Alles, was wir jetzt jetzt gebaut haben, ist dreimal drei. Ähm, aber das Stadion ist leider vier. Oh, da war gerade Stromknappheit. Upsi! Was war das denn? 235. Aber wir brauchen aber kein weiteres Kraftwerk, oder? Wir haben ja schon zwei. Das war bestimmt, weil hier irgendwas umgebaut wurde und weil da kein Strom ankam in der Zeit, oder was? Ja, guck mal, die Häuser hier leider. Ja, momentan, ja, ohne Stadion, irgendwie sinken die Werte die ganze Zeit jetzt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die unten ein Stadion haben wollen. Wie viel kostet das denn? Alter, ich will das jetzt. Ich will denen das ja auch kaufen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Hm, und wenn ich jetzt einfach auf 0% Steuern mache, dann zahle ich natürlich auch eine Menge drauf. Ja, okay. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Park der Pollution entgegenwirken kann. Das hier ist halt echt jämmerlich gerade. Mir hauen die Einwohner ein bisschen ab. Da muss ich vielleicht mal gucken. Äh, Budget-Tax-Rate, mal, setz ich mal auf 4. So, mal gucken. Mal gucken, wie wir wiederkommen. Weißt ja, wenn ihr keine Steuern zahlen müsst, dann kommen die Leute natürlich. Wir haben nur 56 eingenommen, wir können kein Stadion bauen. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt wegen den geringen Steuern trotzdem wieder hierher ziehen. Und dann pfeifen wir die Steuern für ein Jahr hoch auf 10% oder auch im Dezember vielleicht ganz kurz. Geht das, wenn man im Dezember die Steuern hochjagt? Guck mal, jetzt wollen sie alle hierher kommen. Guck sie einfach an. Die Billigen, huch, die Billigen wollte ich gerade sagen. Auf einmal ist voll eingebrochen, weil wir kein Stadion haben bestimmt. Diese verwöhnten Säcke. Es ist 1913 und die wollen ein Stadion haben. Die mahnt, die verlangen es sogar. Nicht irgendwie, die hätten gerne und das wäre schön, wenn wir eins hätten oder vielleicht wird es mal langsam Zeit. Nein, sie verlangen eins. Naja, großartig. Kann ich mir momentan nicht leisten. Vielleicht hätte ich es doch anders aufziehen sollen. Naja. Wir können aber nochmal neu anfangen. Ist gar kein Problem. Es ist jetzt schon Dezember. Minus 182. Vielleicht könnte ich jetzt, pass auf, vielleicht machen wir mal folgendes. Nein. Budget. Ich mache jetzt auf 0. So, mal gucken, was geht. Ist natürlich, ist natürlich, ist natürlich krass gemogelt, wenn ich das jetzt mache und wenn ich das durchziehen kann. Options, Speed. Bleibe ich mal auf Fast. Ich mache mal gleich, wenn es gegen Ende des Jahres geht, mache ich mal auf Slow oder so oder auf Normal. Damit ich noch die Zeit habe. Guck mal. Jetzt kommen die Einwohner herangeschissen. Hä, die blinken immer wieder zurück. Liegt das an einem Stadion? Nur weil die kein Stadion kriegen können, kacken die so ab oder liegt es an der Kriminalität? Oder vielleicht daran, aber wir haben jetzt so viel Verkehr. Guck mal. Aber die Einwohnerzahlen gehen zurück. Die, die ist, hier ist leer. Was, was ist da los? Was, was ist da los? Es funktioniert nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Nein. Nach all den Jahren. Es ist Dezember. Halt, Options, Speed, Pause. Oh, knapp. Das war knapp. Budget. So, wie hoch kann ich gehen? 20. Okay, go with these figures. Und wenn ich jetzt wieder auf Normal mache, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ehrlich gesagt. Average. Das hat nicht funktioniert. Minus 704. Okay. Jetzt habe ich 20% Steuern. Das hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt gehen natürlich hier, jetzt droppen die hier. Ich glaube, ich würde aber vielleicht nochmal neu anfangen. Und dann einfach vielleicht direkt ein Stadion machen. La, la, la. Und dann das vielleicht mit den doppelten Residential Zones probieren. Das würde einfach nochmal neu anfangen. Ich meine, wie viel haben wir jetzt geschafft? Das ist jetzt gerade mal eine Folge, oder? Wir werden übrigens auch nicht so viele Folgen machen. Citizens upset. The tax rate is too high. Guck mal, wie es hier. Alter, hier geht jetzt richtig runter. Die hauen jetzt alle richtig ab. Diese billigen. Diese billigen. Aber ich könnte schwören, ich hatte, gab es hier, gab es hier keine Musik, oder kam es erst später bei einem anderen SimCity? Was war das nächste SimCity? 2000? Oder gab es noch vorher eins? Ich habe es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Müsste ich gleich mal gucken. Ähm. Aber zum vorstellen reicht es ja. Und vielleicht schaffen wir es ja doch noch, eine richtige Stadt zu machen. Wie man sieht, es gibt nicht allzu viel Platz auf der Karte. Also, ne, die ist schon, die hat schon ein bisschen Platz, aber die Städte werden halt nicht allzu riesengroß. Ähm. Deswegen müssen wir mal gucken. Okay. Die Citizen sind mir noch upset. September. Ja, gucken wir mal gleich, wie viel reinkommt. Und dann mache ich die Steuern wieder auf 0 oder auf, dann mache ich wieder zurück auf 7 oder 5 Prozent oder so. Wollten wir mal gucken, wie es geht. Aber ich glaube, jetzt wird es irgendwie monatlich abgerechnet. Ich glaube, in einer Version von SimCity ging es noch, vielleicht in der allerersten, ähm, dass man wirklich so schnell auf 20 Prozent machen konnte. Bäm. Hast die Kohle kassiert und dann wieder runter auf 0 Prozent. Ich glaube, aber ich kann mich auch irren. Vielleicht ist das einfach schon zu lange her. So 2, 3 Tage. Gut, komm her. Ich will die Steuern sehen. Alles klar, so läuft doch der Rettich. Schön. Dann mache ich jetzt mal direkt hoch. Hier 0. Nee, ich mache mal 5. So, und jetzt sind die bestimmt wieder froh und kommen alle zurückgekrochen. Die kommen jetzt alle zurückgekrochen. Jetzt wollen die alle natürlich. Ich würde auch gerne hier mit so einem Fragezeichen gucken, was hier los ist. Ging das da? Ging das irgendwie? Nee, ne? System. Budget. Bulldoze und Budget wollte ich gerade zugleich sagen. Frequent Animation, animate all disasters. Alles klar. Windows. Wir könnten vielleicht nochmal ganz kurz Resize, Edit. Was? Was? Ach so. Ach, damit kann ich das Edit Fenster resizen. Alles klar. Das ist ja spannend. Position. Damit kann ich es einfach nur positionieren. Okay. Mit lauter Testaturabkürzung. Evaluation. Is the mayor doing a good job? Yes. Ja gut, wir hatten jetzt momentan Crime. Ah, okay. 1916. Kriminalität ist das größte Problem. Okay. Game level easy und wir kacken so ab, weißt du. Letztes, also letztes Jahr haben wir minus 5000, wir haben 5000 Einwohner verloren, 5600. Was natürlich an unserer fiesen Steuerpolitik liegt und wir haben gerade 103 Punkte verloren. Wir waren eigentlich bei 560, aber gut. So, Texas war aber noch das kleinste Problem. Krass. Okay, Edit ist das Fenster hier. Budget, lalala. Also so viele gibt es da jetzt auch nicht. Ich kann übrigens bei dem Fenster hier auch sagen, Close. Dann ist es weg. So, es macht überhaupt keinen Sinn, aber schön, dass es geht. So, Edit-Fenster, zack, da ist es wieder. Edit. So, und die Stadt scheint sich nicht so richtig zu erholen, leider. Die hat Interesse an gar nichts. Ich kann momentan nichts wirklich machen, was nicht zuletzt an der Kriminalität liegt, wahrscheinlich. Wobei ich die echt schon ein bisschen krass finde. Ich könnte natürlich mehr, vielleicht könnte ich mehr in die Police packen, ich weiß es nicht. Aber das mit der Kriminalität, das hatte ich gar nicht mehr so heftigen Erinnerungen. Boah, das ist halt echt, guck mal. Wir haben hier ein Polizeihauptquartier, wir müssen überall Polizei hinbauen. Du musst wirklich an jeden Meter, musst du Polizei bauen. Hier unten auch. Also eigentlich, huch, jetzt habe ich fast ganz zugemacht. Eigentlich muss ich hier unten in jeden Industrieblock, Polizei, Polizei. Oder hier, in jedem Block, Polizei, Polizei. Was ist, wenn ich jetzt hier das Ding wegmache und baue da noch eine Polizei hin? Dann müsste die Kriminalität ein bisschen nach unten gehen, dass sie hier oben so hoch ist. Das weißt du, wir haben hier die Polizei, zwei Blöcke weiter. Das ist halt, weiß ich nicht. Ja, nun, okay. Budget, ich guck mal auf die Maps. Gut, jetzt ist die Kriminalität hier unten ein bisschen weg. Hier ist die Polizeistation. Und hier ist schon wieder Kriminalität. Und hier. Und normalerweise in so einer Stadt, also ganz ehrlich, das ist halt, ja. Ist halt, ja. Wenn man wirklich keine Kriminalität haben will, dann muss man sich was anderes einfallen lassen, glaube ich. So, und langsam erholt sich die Stadt wieder. Langsam kommen die Einwohner zurück. Ob es zu spät ist, weiß ich nicht. Ich schaue nochmal bei Evaluation. 53% hier ist, naja. Housing Cost Unemployment. Hä? Wir haben noch sau viele Jobs noch zu vergeben. Okay. Aber ich bin ganz ehrlich, also wir erholen uns langsam wieder. Aber ich würde dann vielleicht doch nochmal neu anfangen. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich könnte schwören, wir hätten hier Musik im Hintergrund. Ich würde vielleicht sonst, ansonsten Musik in den Hintergrund packen. Eventuell so eine SimCity 2000 Playlist oder sowas. Irgendwie sowas, dass wir hier schon mal die Musik haben. Dann haben wir die später bei SimCity 2000 zwar auch wieder. Aber, ja, weil sonst, das ist ja sonst ein bisschen old, glaube ich, ne? Ja. Also ich bin gleich wieder da. Das haben wir ja schnell wieder aufgebaut. Das war ja bis jetzt noch nichts. Ähm, ich bin, ich bin gleich wieder da. Ich mach mal ganz kurz hier, äh, äh, exit. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment.